Habe die Ehre und herzlich willkommen zurück zu DoubleJump, deinem werktäglichen Game-News-Podcast. Capcom Deutschland rechnet mit einer verzögerten Auslieferung der physischen Disc-Version des Resident Evil 3 Remake, die aktuellen Famitsu-Game-und-Konsolen-Verkaufszahlen aus Japan, Epic hat einen epischen Publishing-Deal mit Playdad, GenDesign und Remedy abgeschlossen und das war das gestrige Nintendo Direct Mini. Wenn dir DoubleJump gefällt, abonnier die Show jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder generell jeder Podcast-App deiner Wahl, um Montag bis Freitag mit den wichtigsten und interessantesten Game-News des Tages up-to-date zu bleiben. Nicht nur Square Enix halten am Release vom Final Fantasy VII Remake am 10. April fest, auch Capcom macht es am 3. April mit dem Resident Evil 3 Remake. Aber Capcom hat gestern auf Twitter eine Mitteilung veröffentlicht, mit dem Hinweis, dass es durchaus dazu kommen kann, dass die physische Disc-Version des Games den jeweiligen Spieler eventuell nicht pünktlich erreichen wird. Wir wissen es leider eh, dem Virus sei Dank, aber super, dass Capcom es nun auch im Vorhinein proaktiv kommuniziert. Bei der Download-Version, da ändert sich null. Diese wird pünktlich am Freitag, dem 3. April zum Download bereitstehen. Und ihr kennt den Deal. Es ist Freitag, die letzte News-Episode der Woche. Lasst uns über die aktuellsten Game- und Konsolen-Verkaufszahlen aus Japan reden. Wie jede Woche stammen die Zahlen wieder vom japanischen Games-Magazin Famitsu und wurden übersetzt vom amerikanisch-japanischen Magazin Gematsu. Falls du jetzt zum ersten Mal die japanischen Verkaufszahlen bei mir zuhörst, in Japan gehen die Charts immer bis zum letzten Sonntag. Das bedeutet, die aktuellsten Zahlen sind von der Woche hin zum 22. März. Und wie wir in der gestrigen Folge bereits geredet haben, für Animal Crossing war das eine echt heftige, nur drei Tage andauernde Woche in Japan. Wie wir gestern nämlich schon geredet haben, Animal Crossing New Horizons hat sich allen Ernstes 1.880.226 Mal verkauft und ist damit natürlich wahnsinnig weit über dem Rest der aktuellen Charts. Wie gewaltig das ist, haben wir ja schon in der gestrigen Folge von Double Jump besprochen. Aber wow, dass Animal Crossing sich damit zum Nintendo Switch Game mit dem erfolgreichsten Start aller Zeiten gemausert hat. Die Entwicklungen, die sich daraus in den kommenden Jahren ergeben werden, sind wirklich spannend. Das Game hat sich damit zum Start ja sogar besser verkauft als Pokémon-Schweren-Schild gemeinsam. Wenn's dieses Momentum aufrechterhält, dann hat Nintendo mit Animal Crossing den nächsten wirklichen Evergreen nach Pokémon und Super Mario. Weitere Neueinsteiger diese Woche gibt's leider keine, weshalb der Rest der Charts relativ gleich wie letzte Woche aussieht. Auf Platz 2 ist weiterhin Nioh 2 von Koei Tecmo, Platz 3 und 4 Pokémon Mystery Dungeon, Retter Team Deluxe und Pokémon Schweren-Schild, Platz 5 Minecraft für Nintendo Switch und Platz 6 bis 10 sind's auch die üblichen Verdächtigen, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Ring Fit Adventure, Splatoon 2 und New Super Mario Party. Und wenn wir schon bei Nintendo sind, auch bei den Konsolen selbst hat Animal Crossing New Horizons zu einer abartigen Erhöhung der Verkaufszahlen geführt. Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite haben sich gemeinsam 392.576 Mal verkauft, die PlayStation 4 und Pro 15.393 Mal. Was abseits von der krassen News rund um Nintendo eine positive Überraschung ist, ist, dass die Xbox One und X Verkäufe in Japan diese Woche auch wieder dreistellig waren, weil diese haben sich 300 einmal verkauft. Und Epic Games haben gestern ihren nächsten großen Schritt in der Games-Branche angekündigt. Ein großer Schritt, der sie wieder so richtig zurück in die Vergangenheit führt, nämlich, bis 1995 hatte Epic Games bereits Games diverser kleiner Shareware-Entwickler verlegt und macht jetzt wieder dort weiter, wo sie damals aufgehört haben. Nur jetzt halt, größer und mit viel, viel mehr Kapital als zuvor. Epic ist jetzt mit dem Label Epic Games Publishing zurück im Publishing. Und das zum Start gleich mit drei Third-Party-Game Studios, die in den letzten 20 Jahren massive Projekte hinter sich gebracht haben. Gen Design, bekannt von The Last Guardian für Playstation, Play Dad, die ihr wahrscheinlich von Inside Limbo kennt, und Remedy, die natürlich erst vor wenigen Monaten mit Control gewaltig für Aufsehen gesorgt haben. Da merkt man einen guten Einsatz des Tencent-Gelds, welches Epic zur Verfügung steht. Denn der Publishing-Deal, den Epic den Game Studios anbietet, ist fast schon zu gut, um wahr zu sein. Nämlich Game Studios dürfen entwickeln, was sie wollen, Epic mischt sich null in die kreativen Entscheidungen des jeweiligen Studios ein, Epic finanziert die Projekte komplett. Heißt, jeder noch so kleine Job, der für die Vollendung des Projekts notwendig ist, wird vollends bezahlt. Sobald das jeweilige Game die Entwicklungskosten eingespielt hat, erhält das jeweilige Game Studio dann weiter 50% des Profits durch jeden weiteren Verkauf. Aber Epic Games wäre nicht Epic Games, wenn es nicht irgendwie mit einem Haken verbunden wäre. Die Publishing-Deals sind zwar alle Multi-Plattform, aber wir können uns zum Beispiel sicher sein, dass die PC-Versionen der Games alle zumindest das erste Jahr über exklusiv im Epic Games Store verfügbar bleiben, wenn nicht sogar permanent. Aber ganz ehrlich, auch wenn Exklusivität wie diese gefordert wird, ist es noch immer eine gute Sache, weil jeder von uns, der kreativ aktiv ist, wünscht sich so einen Finanzier wie Epic Games. Auch ich zum Beispiel. Hallo Epic Games Deutschland, falls ihr das hört und anfangen wollt, Podcasts zu publishen, lasst uns mal reden. Und in der letzten Story der Woche müssen wir natürlich über die gestrige Nintendo Direct Mini reden. Aus dem Nichts hat Nintendo plötzlich das Direct als Video auf allen globalen YouTube-Kanälen hochgeladen und auf einmal, da war es. Und während es zwar Mini im Titel hat, ist es aber alles andere als Mini. Das Direct ist nämlich 30 Minuten lang und Nintendo zeigt in diesem Direct auch 30 Games. Das Highlight der Direct war definitiv das Remaster von Xenoblade Chronicles. Dazu haben sie im Rahmen des Direct auch das Release-Datum bekannt gegeben, den 29. Mai. Xenoblade Chronicles wird dabei auch um einen DLC erweitert namens Future Connected. Die Games von 2K, welche bereits in Südkorea Anfang des Jahresalters eingestuft wurden, wurden mit diesem Nintendo Direct Mini ebenfalls bestätigt. Bioshock, The Collection, Borderlands Legendary Collection und XCOM 2 Collection werden alle im Mai bei uns erscheinen. Von Capcom wurde Shinsekai Into the Deaths für Nintendo Switch enthüllt. Das Game war letztes Jahr Apple Arcade-exklusiv, aber diese Exklusivität ist jetzt wohl vorbei. Shinsekai ist mit dem Direct sofort veröffentlicht worden. Marvels Ultimate Alliance hat mit dem Direct einen neuen Charakter-DLC bekommen, Animal Crossing New Horizons, das Update 1.1.1, welches eine gameplaykritische Glitch fixt, Die sehr chaotisch aussehende Firmensimulation Good Job wurde im Rahmen des Directs auch veröffentlicht. Auch Catherine Full Buddy wurde mit dem Direct bestätigt, nachdem auch dieses in Südkorea bereits alters eingestuft wurde und erscheint im Juli für Nintendo Switch. Ring Fit Adventure wurde gestern gratis um ein echt cool aussehendes Rhythmusspiel erweitert und was man davon im Rahmen des Directs gesehen hat, das erinnert mich so richtig an Beatsable. Das rundenbasierende RPG King's Bounty 2 wurde für ein Release im Laufe des Jahres angekündigt. Zu Super Smash Bros. Ultimate hat Nintendo angekündigt, dass der nächste Kämpfer aus dem eigenen 3D-Kampfspiel ARMS sein wird und direkt danach auch gleich bekannt gegeben, dass ARMS für Nintendo Online-Abonnenten bis 6. April gratis spielbar sein wird. Die müssen das Game einfach nur im eShop herunterladen und können sofort loslegen. Bravely Default 2, welches erstmals im Dezember bei den Game Awards angeteased wurde, dazu hat Nintendo jetzt mehr gezeigt und dem eShop die Demo verfügbar gemacht. Dann hat Nintendo die Brettspiel-Sammlung Clubhouse Games 51 Worldwide Classics gezeigt. 51 Brettspiele aus der ganzen Welt in einem Nintendo Switch Game und diese Sammlung erscheint dann am 5. Juni. Das Free-to-Play-Game Ninjala, welches sie danach gezeigt haben, sieht auch sehr interessant aus. Das Game wirkt von der Atmosphäre her wie Splatoon, aber ist ein Multiplayer-Battler, der stark an Games wie Devil May Cry erinnert. Und der 2003 Klassiker Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, eines der bis heute besten Star Wars Games, wurde im Rahmen des Direct für Nintendo Switch neu veröffentlicht. Aber nicht nur für Nintendo Switch, weil Sony hat's auch für die PlayStation 4 im PlayStation Network Store freigeschalten. Das Panzer Dragoon Remake wurde auch nochmal gezeigt und ist seit gestern zeitlich exklusiv auf der Nintendo Switch verfügbar. Nach dem Ende der zeitlichen Exklusivität wird das Game dann auch auf Xbox One und PC veröffentlicht. Dann gab's auch noch einen Teaser, für was es demnächst noch so alles geben wird, unter anderem Trials of Mana am 24. April, Harmonics neues Game Fuser, The Elder Scrolls Blades, das eine Elder Scrolls Game, welches ja jeder von uns nur vergessen möchte, Warhammer 40,000 Mechanicus, Vigor, Burnout Paradise Remastered, das ist ehrlich eine positive Überraschung, denn Burnout Paradise ist bis heute eines der besten Games dieser leider untergegangenen Arcade-Rennspiel-Serie, Saints Row 4 Re-Elected, welches mit heute veröffentlicht wird, The Legend of Heroes, Trains of Cold Steel 3, Mr. Driller, Drillland, Minecraft Dungeons und zum Schluss wurde nochmal der Erweiterungspaar von Pokémon Schwer und Schild gezeigt. Ich hab's euch gesagt, das Direct war echt nicht mini. Da erwartet uns dieses Jahr trotz dem Virus doch einiges auf Nintendo Switch. Und damit beenden wir die heutige Episode jetzt auf einer positiven Note. Alle Links zu den heutigen News-Stories findest du in der Episoden-Beschreibung in deinem Podcast-Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at. Und das heutige Kommentar des Tages wurde beim DoubleJump YouTube-Kanal gepostet von ShingPattyX. Und zwar hat er zur Episode vom Mittwoch Sony reduziert Playstation-Download-Geschwindigkeit folgendes geschrieben. Ich kann halt nicht mehr in Partys richtig sein, ich flieg raus oder es laggt. GG, hab 300k Leitung. Ich glaube, wir merken das derzeit in der aktuellen Lage ja alle. Aber es ist ein echtes technisches Trauerspiel, dass auch die unter uns, die wie Paddy eine 300k Leitung haben, es genauso merken wie zum Beispiel ich, der derzeit am Land mit einer 60 Megabit Leitung bei der Familie ist. Wie geht's dir mit deinen Multiplayer-Games derzeit? Kannst du noch einigermaßen online spielen? Und was hast du von der gestrigen Nintendo Direct Mini gehalten? Ist deine Durststrecke damit vorbei? Schreib mir deine Meinung direkt in einem Kommentar auf Apple Podcasts oder auf Instagram. Dort findest du den Podcast als atdoublejump.at. Alles als ein Wort zusammengeschrieben. Auf Instagram, da beantworte ich auch jedes Kommentar persönlich. Und so wie heute beantworte ich das interessanteste Kommentar des Tages immer am Ende der nächsten Podcast-Episode. Wenn die heutigen News-Stories für dich interessant waren, teile sie mit deinen Freunden oder Familie. Dazu geh in deine Podcast-App, drück bei der Episode auf den Teilen-Knopf und schick sie über WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram oder Snapchat an diejenigen, die der heutigen Episode deiner Meinung nach zuhören sollten. Und das war's mit den Game-News für diese Woche. Morgen gibt's keine Weekly-Episode und deshalb wünsche ich euch ein schönes Wochenende und viel Spaß in Animal Crossing. Wir hören uns wieder am Montag bei DoubleJump, deinem werktäglichen Game-News-Podcast. Habe die Ehre! Leute qui fühlt sich raus! Bis zum nächsten Mal! Upp du blioc und 타if Sterne Plus Deinem Se sur